Die momentane Zeit ist eine echte Herausforderung für uns alle. Wie gehen wir mit den Turbulenzen im Außen um? Wie kann es uns gelingen, Gelassenheit, Freude und Zuversicht zu behalten? In diesem heutigen Channeling wird es wohl um diese Fragen oder auch die Antworten darum gehen. So wurde es mir jedenfalls im Vorfeld jetzt gesagt. Ich bin aber selber sehr gespannt auf die Antwort. Viel Freude mit dem Channeling. Die momentane Zeit ist die Zeit des Wandels. Die große Transformation ist bereits in vollem Gange. Und viele von euch fühlen sich durchgeschüttelt und irritiert. Und doch geschieht alles nach dem großen göttlichen Plan. Es geht um das Erwachen der Menschheit. Um die Befreiung der Seele aus den irdischen Verstrickungen. Ihr dürft euch befreien aus alten Ängsten, alten Gewohnheiten und dem, was euch davon abhält, euren großen Seelenplan zu leben. Trachtet nach innen und lauscht in euer Herz. Hier spürt ihr die Wahrheit und die Antwort auf jede einzelne euer Fragen. Hier spürt ihr die Hölle. Untertitelung des ZDF, 2020